Ein herzliches Willkommen zurück hier zu Schatten des Krieges, hier in Minas Morgul. Wir werden heute mit der Hauptstory weitermachen. Bevor wir das machen, hole ich mir die Spinne da oben runter. Oder da drin. Weil die sind direkt in der Nähe. Und wir können auch den Außenbossen erobern und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zur Hauptstory. Denn das wird spannend. Das wird tatsächlich heute wieder spannend. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wenn du dich nicht erblickst, was siehst du? Ein Scheusal? Eine Verführerin? Er antwortete nicht. Blicke tiefer, sagte ich. Denn ich bin nicht die Masken, die ich trage. Das ist Sauron und mir gemein. Ach Herr Kankra. Bei dir weiß man nicht so echt. Die Masken, die sie trägt. Denke da an Talion. Ja, ich denke immer an sie. Kille Brimboa. Immer. Ich hab, by the way, das kann ich auch nochmal gleich zeigen, wenn wir den Außenbossen hier machen. Ein paar U-Wooks rekrutiert hier. Damit wir es nicht so schwer haben. Aber ich hab die nicht selber rekrutiert. Ich hab die im Markt gekauft für In-Game. Also mit der In-Game-Währung. Mega nice. Ich zeig dir das gleich dann. Wir machen erstmal den Außenbossen. Schulgumi Schlagham. Ja, ich schlag auch gleich Rahm. Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. Hatten wir doch schon mal, oder? Haben wir das nicht mal verkackt? Dude, das sind Schildträger. Äh, von Bagger der Teufelsche. Yo, das ist easy. Okay, das haben wir mal am Anfang verkacken sein irgendwann. Das ist irgendwann mal, glaube ich, verkackt. Und tschüss, Ikowski. Ich hol mal unseren Typen. Haua. Haben wir überhaupt einen Tybi hier? Oh, wir haben hier nur normale Leute. Ich hab vergessen, die auszurüsten. So, jetzt zu dir, mein lieber Schildtybi. Haua. Der war nicht nett. Und tschüss. Alter, aua, man. What the fuck? Diese Schildtüben sind echt OP teilweise. Äh, okay, wir müssen ein bisschen einspielen, Leute, muss ich sagen. Das ist die erste Folge seit langem mal wieder. Da, ja, ähm, nicht Wunder nehmen. Oder nicht, nicht denken jetzt auch, was ist mit Luzi los. Nicht so ist das so schlecht. Na. Na. Ein bisschen einspielen und dann geht das wieder. Wollen die alle von mir? Lass mich doch mal hier ein bisschen Leben aus dem Aussaugen. Ja, geht doch. Und tschüss. Was? Was ist das jetzt? So, warte, ich muss noch einen Schildtybi töten da, ne? Hi. Na? Schöne Grüße. Oh, das war daneben. Ja, das war getroffen. Und tschüssi. Ah, ich liebe das Spiel, Leute. Ich kann ein Spiel so viel Spaß bereiten. Das ist wirklich... Das ist einfach geil. Oh, der hat mich schon gesehen. Und ich wollte ihn gerade rekrutieren, Mann. Das ist ein bisschen schlecht. Aber... Lass das. Oh. Bagger, der Teuflische. Oh mein Gott, ist der cool. Bagger, Feuer fest. Erzündet euch Flüche. Flammende Waffe. Den müssen wir haben, Leute. Den will ich haben. Der ist cool. Wo ist die Sau? UgaBuga. UgaBuga. Und tschüss. Dolch in die Schulter reingerammt. Sei so gut dein Glück. Du wirst uns bald in unsere Armee... Äh, andersrum. Wir werden dich bald in unsere Armee willkommen heißen, mein Freund. Ja? Dann kannst du mal schön ein paar deine alten Kollegen schlachten. Dieser Scheißkarra. Warte mal, ne? Mir ist so auf den Keks immer. Okay, es sind ein bisschen viele Gegner. Ich brauche irgendwas, um in die Luft zu jagen. Und tschüss. Oh, der muss auf jeden Fall weg. Der ist nur störend. Feuerfest. Ich habe 50 Gold bekommen für irgendwas. War das eine... War das eine Tagesbelohnung? Bin mir nicht sicher. Alter, das sind viel zu viele, Leute. Ich muss in die Luft jagen. Das sind viel, viel zu viele. Aber ich kann nicht. Ich habe keine Pfeile mehr. Aber ich glaube, ich habe es gerade selber gemacht. Das ist viel geiler, ey. Lass mich in Ruhe. Hucka-Kook. Hurra-Saga-Raga. Welches war schießt auf mich? Ach, da unten. Ne. Der da. Zieht sich zurück, Alter? Was? Wieso das denn, ey? Du bist doch fast full life. So ein... lächerlicher Typ. Was soll deine Armee von dir denken? Ach, komm schon. Lass mich wieder in Ruhe. Ach, Leute. Bitte, lass mich nehmen, bitte. Oh, Alter, ey. Mann, meine Fresse, ey. Kann man nichts machen in der Lunge, Leute. Das ist unglaublich. Da geht doch, ey. So, willkommen in der Armee, mein Freund. Was? Oh mein Gott. Ernsthaft? Na gut, wie du willst. Leider, diesen epischen Typen müssen wir jetzt töten. Das tut mir in der Seele ein bisschen weh. Aber was muss, was muss? Und leben wohl, mein Freund. Kopftreffer, Headshot, Monster Kill. Und das Gebiet haben wir direkt erobert. Jetzt haben wir nur wenigstens ein bisschen Ruhe, weißt du. Und was ist das mit euch eigentlich hier? Ihr Sabberbacken? Halt mal eure Klappe hier. Jetzt reicht's mir nämlich. Immer dieses Rumgestänker hier, weißt du. Kann's ja wohl nicht wahr sein. Ach. Lebe wohl. Und die anderen haut jetzt bitte ab, sonst... ...werde ich sehr, sehr böse mit euch. Aha. Cool. Jetzt haben wir das Gebiet wenigstens nicht mal eingenommen. Was ist eigentlich das da hinten? Das ist irgend so ein Punkt. Irgendwas ist da. Okay. Ja, dann gehen wir weiter. Nehmen wir das noch mit, bevor wir die Hauptquests machen. Und dann haben wir eigentlich schon ganz viel geschafft wieder. Und ich zeige euch kurz meine Armee. Hier hatten wir Arbeka, der Ogre. Gubu, Augenreißer. Den Bubul, der Unabittel hier. Diese Aschgarn, der ist mega nice. Amuk. Flak. Prak. Amuk, noch ein Amuk. Und Hurra. Wen nehmen wir jetzt als Leibwächter, frage ich mich. Verflucht, legendär. Ich glaube ihn. Arbeka. Ich finde ihn ziemlich cool. Ich hoffe, er hat einen so mit Fell. Das sieht übelst nice aus. Muss ich ihm mal später zeigen. Auf jeden Fall Außenbossen uns. Und wir gehen weiter zu hier Gedöns. Verlorenes Artefakt und dann Hauptquest. So sieht der Plan für heute aus. Ich hoffe, ihr seid einverstanden damit. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dass der harte Kern wieder dabei ist, freut mich immer mega. Das freut mich immer mega. Macht doch Spaß, was mit der Community zusammen zu erleben hier. Dann fühlt man sich nicht so alleine, wenn man das Spiel spielt. Ohne Scheiß. Ja. So. Hi. Bruce. Ach, der Bruce. Der geile Bruce. Ja, der ist cool. Ich denke aber, der wird uns irgendwann verraten. Denke ich mal. So wie ich das Spiel kenne, darf man sich nicht an coole Charaktere gewöhnen. Weil die verraten einen meistens. So, dann machen wir hier noch Dingensier. Komm mal rüber. Haben wir noch ein bisschen was zum Lernen hier. Zum Erkunden, zum Entdecken. Oh. Die Orks sind von Ringen besessen. Noch mehr als von Münzen und Schmuck von gleichem Wert. Sie entreißen sie den Gefangenen sofort. Und was aus ihnen wird, kann man nur vermuten. Wir finden selten Orks, die sie tatsächlich tragen. Aha. Orks sind wir uns auch Ringe. Was ist das denn? Ein schöner Ring. Wenn auch ein gewöhnlicher. Ah, ein Leiche. Hat kaum denselben Namen verdient wie unser Ring. Das ist wohl was dran. So abzuhaupt. Sorry, Leute. Der Turm der Zauberei. Der Turm der Zauberei. Die Stadt ist verloren und der Hexenkönig kontrolliert den Palantir. Sieh dir das einmal näher an. Ach. Wir sind neugierig, ne? Ha. Diese Stadt ist durch und durch von schwarzer Magie befallen. Das ist nicht mehr Minas Ethel. Es heißt jetzt Minas Morgul. Verstehe. Einer der Ringgeister floh hierher, nachdem wir ihn aus Kankau. und Krashöhle jagten. Um sich die Wunden zu lecken. Wir haben ihn nur verscheucht. Sei auf der Hut. Ah, wieso haben wir diese Ringgeister töten? Ich will keine Narsgul aufzuspüren. Eine weitere Gabe Galadriels? Eine Gabe. So kann man es auch sehen. Oder ein Fluch. Wir suchen den Palantir. Das ist alles, was zählt. Beherrschen 15 Orks. Dann müssen wir uns den Weg freikämpfen. In der Stadt Wimmelndes von Orks. Sie müssen kein Hindernis darstellen. Wir können sie zu unseren Zwecken nutzen. Oh, der hat mir geholfen. Wieso kann ich nicht... Wieso kann ich hier eine Schleichbeherrschung machen? Ach, verschwinde, du Kack Ork. Töte ihn wieder nicht. Den brauchen wir mal. Die brauchen wir auch noch. Aua. Aua. Du verkackter Noob, ey. Lass mich doch mal machen. Das war Nummer 3. Da kommen ja noch mehr. Hallo. Was geht? Wollt ihr uns beitreten? Dann kommt mal her. Nummer 4. Du bist Nummer 5. Aua. Meine Fresse, ey. Doch, das ist doch ein Gegner. Ich dachte, das ist für meine. Ah, das ist auch uns. Der ist tot, leider. Ne, das war unser. Ah, das ist auch uns. Ganz ehrlich, der da oben, ne? Das wird ein bisschen auf den Keks, ey. Mit deinem Wurmgeballer immer. Ah. Haben wir schon eine kleine, solide Armee aufgestellt hier. Oh, da war noch ein Ziel, den Leute. Und da ist auch noch eins, Mann. Ich kenne mich, ne? Das ist ein bisschen... Was kann ich eigentlich noch machen? Schattenangriff? Ist der dann tot? Das ist perfekt. Mal, den brauchen wir mal. Ja, das ist mir doch schon klar. Aber wir brauchen doch ein paar Schleichbeherrschung. Es geht doch noch. Aber die haben uns entdeckt vorhin. Ist ja komisch. Schleich 8. Und dich noch. Nummer 9. Ich bin noch in deiner Nähe. Komm, let's go. Wir haben 9 Stück hinter uns. Wir könnten noch mehr holen. Ne, können wir nicht. Und die sind noch in den Field, den nehmen wir mal kurz mit. Wenn wir schon mal da sind. Door. Wieso werden die da gefesselt? Dann würde ich sagen, willkommen in unserer Armee. Ach, aua. Autsch, ich bin schlagkräftig. Aua, hallo. Ich brauche ihn mal. Ich brauche ihn auch noch. Noch einer bauen wir. Cool, wir haben schon 14 Stück. Ich glaube, die Hälfte ist von uns wieder gestorben, oder? Oh, welche Weisheit diese Org auch hat. Oh, das war der 15. Oh, der ist weg hier. Jetzt labern alle dazwischen hier. Auch schön. Müssen wir jetzt echt über diese ganzen Orgs entlang? Das geht aber schnell. Wenn die schießt, er die ist hier echt guten Skill. Ach komm, das müssen wir doch anders machen hier. Guck mal. Könnte doch bestimmt noch einen neuen gebrauchen. Weiter geht's, komm. Ach, diese blöden Trolle. Warte mal, die könnten wir doch mit Schleichtdötung direkt wegmachen. Ja, können wir. Oh, tschüss. Können wir sich um den Schild, wie? Wo soll ich den aufnehmen? Ah, er ist schon tot. Weiter geht's. Die Ringgeister können nicht besiegt werden. Sie kommen immer wieder zurück. Und doch gibst du nicht auf. Nein. Niemals. So eine gute Einstellung. Ich glaube, wir kommen ja gar nicht unentdeckt rein, oder? Oh, danke. Das sind zwar nur fünf Punkte, aber immerhin. Kleinvieh macht auch Mist. Den ganzen Tag lang am Witzstein und Klingen für den Krieg geschärft. Ich auch. Ja, du auch. Willkommen in der Armee. Du auch etwa, oder was? Komm, du wirst doch auch beitreten. Oh nein, ich will diese blöden, verkackten Trolle, ey. Ja, weiter geht's. Von wie weit müssen wir denn noch gehen? Wo will die denn überhaupt hin mit mir? Will die zum Hexenkönig, oder was? Die will doch nicht ernsthaft zum Hexenkönig schon. Ja, ist alles gut. Geh. Es muss einen Weg geben, die Nazgul für immer zu bezwingen. Wenn es ihn gibt, kenne ich ihn nicht. Bleib an meiner Seite, Waldläufer. Und ich zeige dir, was ein Ringgeist ist. Oh, jetzt wird's interessant. Wir sind ja schon da. Der Hexenkönig hat diese Stadt in seine Gewalt gebracht. Nun wird er das selbe mit dir tun. Talio, erlaubst du den außerhalb des Lichts, erweich? Was darf er nicht? Leider auch, es werden die Stadt nicht erobern. Sie werden in dir begraben. Jetzt hab ich sie nicht verstanden, was die wollte von mir. Ach so. Ach, komm, wir machen jetzt mal Eldenboot wieder. Da läuft er nämlich besser. Aber der Typ macht ganz schön Damage. Autsch. Ich brauch ein bisschen Leben, ähm, wenn's geht. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss Leben sammeln. Der lässt mich nicht in Ruhe, der Typ. Okay, Double Kill. Ach, Mist. Sehr schön. Ja, was soll ich denn noch... Ja, lol. Das ist schön für ihn. Hier mal eine Klinge in den Magen. Wie gefällt dir das? Ich seh'n nicht. Alter. Oh, das hat noch gezählt. Der hat ein bisschen Leben bekommen. So, jetzt zu dir noch mal. Autsch. Alter, was ist denn das für ein OP-Vieh, ey? Stirb doch endlich. Wenn ich zerquetsche deine Streitkräfte, die Ameisen in meinen Aufschluss. Was? Really? Ich kann dich nicht retten, wenn du so dumm umliegst. Oh, meine Frisse. Ist das anstrengend. Was will der denn, ey? Komm, kämpf doch wie ein Mann jetzt endlich wieder. Mit deinen komischen Fähigkeiten da. Ah, jetzt aber. Hier haben wir einen aufs Maul. Kannst ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, ich komm da schon rein, Alter. Oh. Der Typ, ich hab immer das Gefühl, dass er Leben bekommt. Kann das sein? Bin mir nicht so ganz sicher, aber... Jetzt aber, komm aufs Maul, ey. Jetzt, Alter. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Komm, jetzt hab ich dich. Aber wirklich. Du musst die Neuen nicht beschwingen. Schließ dich ihnen an. Schließ dich ihnen an. Also, ich kann... Ich kann sie быть nicht bear морlich bmals. Du musst die Neuen nicht auch machen. Du kannst Pfeikon zur Verfügung stehen. Duセig... Neue. La 0 10. Mogло dioeuvre auf das Leben über... Nun genommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Was hat man euch angetan? Kniet vor eurem König! Hattest du eine Vision? Saurons Ringe wurden geschaffen, um ihre Träger zu unterwerfen Das begriff ich viel zu spät Aber nun Habe ich einen Ring geschmiedet, der perfekt ist Dieser ist rein Rein wovon? Frag ich mich Wir haben mal ganz langsam, du komischer Ork Wir haben ein Level Up Geil Bershorks Schließen Nice Müssen wir das? Suladan Okay, hat sich jetzt etwas geändert bei der Armeeaufstellung? Ich meine, da waren ja immer diese Ringgeister oben Ist da jetzt einer gestorben? Der lebt halt immer noch Das ist der Suladan Ringgeist, 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 Ringgeist Hexenkönig Äh, naja, okay Was haben wir denn jetzt für Aufträge bekommen? Frag ich mich Gorgor, das ist halt alles aktuell, ne? Serregost Oh, Serregost ist auch was Verteidige die Festung Wie geil Leute, ich glaube immer Haha Das machen wir direkt in der nächsten Folge Die Festung verteidigen Das wird richtig spannend, ey Gut, Leute Danke fürs Zuschauen Und bis zur nächsten Folge von Schatten des Krieges Haut rein Tschüss Tschüss